Wer hat die Raketen abgefeuert, die am Wochenende auf dem Gelände des Atomkraftwerks einschlugen? Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig. Offenbar hält sich der Schaden in Grenzen. Nach US-Angaben wurden bis jetzt keine erhöhten Strahlenwerte gemessen. Aber die internationale Gemeinschaft ist alarmiert. Der UNO-Generalsekretär hat in Japan von den Angriffen erfahren. Jeder Angriff auf ein AKW ist eine selbstmörderische Sache. Saporizhia ist das größte AKW Europas. Im März haben russische Soldaten die Anlage eingenommen. Das ukrainische Personal arbeitet aber unter Kontrolle der Russen weiter. Bis zum Wochenende waren drei der insgesamt sechs Reaktoren in Betrieb. Nach dem Beschuss wurde ein weiterer abgeschaltet. Offenbar wurde eine Starkstromleitung von einer Rakete beschädigt. Ein Ausfall der Stromversorgung wäre das größte Risiko. Dann könnte die Kühlung der Brennstäbe zusammenbrechen. In Wien warnt der ukrainische Vertreter bei der Internationalen Atombehörde vor einer Katastrophe, verheerender als Tschernobyl und Fukushima. Wenn etwas passiert, dann hätte das nicht nur für die Ukraine gewaltige Folgen. Wahrscheinlich würde die ganze Ukraine verstrahlt, sondern auch für Europa. Ena Hodar, eine 50.000-Einwohner-Stadt, grenzt unmittelbar an das Kraftwerk. Ihre Einwohner werden zuallererst betroffen. Es ist sehr gefährlich. Es könnte ein weiteres Tschernobyl werden. Oder schlimmer. Niemand kann eine solche Katastrophe wollen, auch die russischen Invasoren nicht. Aber das AKW liegt direkt an der Frontlinie zwischen russisch und ukrainisch kontrolliertem Gebiet. Das macht die Lage so bedrohlich.